Schaden anzurichten bedeutet, sich selbst Schaden zuzufügen. Unrecht tun bedeutet, sich selbst Unrecht anzutun. Kein Mensch ist frei, der nicht Herr über sich selbst ist. Wenn Sie morgen aufstehen, denken Sie daran, was für ein kostbares Privileg es ist, am Leben zu sein, zu atmen, zu denken, zu genießen, zu lieben. Es ist nicht so, dass wir nur eine kurze Lebenszeit haben, sondern dass wir viel Zeit verschwenden. Der einzige Weg, mit der Angst umzugehen, besteht darin, sich der Angst direkt zu stellen. Das Universum ist Veränderung. Unser Leben ist das, was unsere Gedanken daraus machen.